Liebe Freunde von Kamerad der Musiker, wir sind gerade mitten in den Proben zu unserem Jubiläumskonzert und haben nur für euch ein paar exklusive Eindrücke mitgebracht. Hat es euch gefallen? Wir leiten euch herzlich ein am 21. September, 19 Uhr geht's los im Limburger Dom. Wir freuen uns auf euch! Du sendest ja die Freude, du heilest ihnen Schmerz.